hallo ja weihnachten ist rum der große trubel ist rum silvester ist rum und was macht man da wie zu hause auch aufräumen bestand aufnehmen wir nennen das inventur und da wird wirklich jeder lagerplatz einmal durchgecheckt wird aufgeräumt da wird geschaut ob da noch sachen steht die da nicht mehr stehen sollten die nicht mehr da sind es gibt immer wieder sachen die können wir uns selbst nicht erklären aber zum schluss bleiben dann weine übrig und was machen wir damit wie jedes jahr viele von euch kennen das schon wir machen eine restposten liste unter www.genuss7.de restposten.html wenn jetzt alles richtig läuft soll das da unten irgendwo eingeblendet sein aber was sind restposten restposten sind bei uns auf alle fälle nicht schlechter wein gibt schlechten wein es gibt schlechten wein aber wir haben das nicht weil wir nehmen nur weinen sortiment auf wo wir selber 100 prozentig von überzeugt sind deswegen waren wir auch von den restposten 100 prozent überzeugt aber manchmal ist das so ein wein läuft ein wein wird bestellt dann haben wir bloß noch drei vier flaschen da plötzlich will keiner mehr kaufen weil die leute wollen eine sechsterkiste drei vier flaschen wollen sie nicht dann bleibt da stehen dann fällt das stück weiter nach hinten der wird ja nicht mehr beachtet und so weiter und so fort und dann steht der wein da so wir machen jetzt einen check haben wir gemacht und haben unsere restposten liste angefangen ist das eine endgültige restposten liste nein ist es nicht die nächsten ein zwei wochen kommt immer wieder noch weine dazu deswegen schaut immer wieder mal rein unter www.genus7.de slash restposten.html da findet ihr vielleicht mehr wieder was neues wie gesagt alle weine finde ich top ist auch nicht alles mein geschmack was ihr mögt was ihr nicht mögt das müsst ihr selber wissen wenn ihr da beratung braucht könnt ihr natürlich gerne anrufen könnt uns eine mail schreiben wir helfen euch wie immer aber für dich heißt das auf jeden fall sei jetzt schnell schau die restposten liste an guck was du gebrauchen kannst guck welche lücken du im keller hast da ist alles drauf da ist weißwein drauf da ist rosé drauf da ist rotwein drauf da sind alle preiskassen drauf da ist glaube ich für jeden was zu finden restposten listen haben jedes jahr viele leute eine menge spaß dran und übrigens wenn der wein ausverkauft ist ist er ausverkauft auch jedes jahr wollen viele leute noch irgendwelche weine von der restposten liste die halt jemand anders vorher gekauft hat wir hätten es nicht auf der restposten liste wenn wir es dann einfach nachkaufen würden restposten heißt wirklich der wein wird bei uns aussortiert oder der jahrgang ist nicht mehr da das heißt dieser restposten kommt auch nicht mehr als restposten rein gut also ich wünsche euch was anfang des jahres wir haben ja alle ein bisschen zeit das macht am meisten spaß mit einem gläschen wein und ich mache jetzt hier weiter bis dann